Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkhorn und das ist hier Koljas Kapitalismus Schule. Nein, kein Reaktionsvideo, obwohl ich hier vor meinem geschätzten iMac sitze, sondern noch viel besser. Ich bin ja nämlich seit neuestem, seit dieser ganzen Instagram-Geschichte, der Account ist übrigens wieder online. Vielen Dank an die Facebook-Mitarbeiter, dass sie mich wieder freigeschaltet haben. Bin ich aber so ein bisschen öfter bei Twitter unterwegs und das ist ja holler die Waldfee, Leute. Da geht es ja richtig zur Sache. Da kann man ja so einiges richtig Spannendes lernen. Und ich war hier natürlich dann auch auf einschlägigen Seiten von so den einen oder anderen Politikern unterwegs und habe hier zum Beispiel gelernt, dass die aktienbasierte Altersvorsorge in die Altersarmut führt. Da dachte ich mir, okay, schauen wir doch mal, wer hier das behauptet. Und dann habe ich halt so vor allem drei Kandidaten hier gefunden, die ich fürs heutige Video hier einbauen möchte. Denn in Koljas Kapitalismus Schule geht es einfach darum, kapitalistische Bildung für die Menschen bereitzustellen, die es eben am meisten brauchen. Und es heißt ja immer so schön, Bildung ist so wichtig. Und das Gute hier bei YouTube ist, Bildung ist kostenlos. Und deswegen stelle ich diese Bildung eben auch kostenlos allen Menschen zur Verfügung, die mehr über kapitalistische Werte und Systeme lernen wollen. Denn damit wird man glücklich, langfristig erfolgreich und vermögend. Aber wenn wir jetzt mal reinschauen, dann sehen wir bei einem Bernd Rexinger, Mitglied des Deutschen Bundestags der Partei Die Linke. Und nebenbei macht er noch so ein paar Aktivitäten bei der Gewerkschaft Verdi, wo er schreibt, meine geschätzte Kollegin Nicole Gohlke, das wäre dann Hauptdarstellerin Nummer zwei für unsere heutige Kapitalismus Schule, bekommt einen kleinen liberalen Shitstorm, weil sie darauf hinweist, dass die aktienfinanzierte Altersvorsorge in die Altersarmut führt. Dabei hätte die FDP den Shitstorm für ihre Vorschläge verdient. Und hier sieht man bei Nicole Gohlke, ebenfalls Mitglied der Partei Die Linke, aktienbasierte Altersvorsorge oder dein noch schnellerer Weg in die Altersarmut. Fangen wir erstmal damit an, dass ich kein Fan generell von Shitstorms bin. Also das bedeutet einfach irgendwo hinzugehen, rumzuflamen, wie ein Keyboard Warrior in die Tasten zu hauen, Leute zu beleidigen und sinnlose Sachen zu schreiben. Und ich kann auch nur sagen, Leute, wenn ich reagiere auf irgendetwas, ob es nun auf Twitter ist oder auf YouTube, dann bitte geht niemals zu den jeweiligen Kanälen und beleidigt die oder sagt, ihr seid irgendwie scheiße oder so, weil das führt ja zu nichts. Und wir wollen ja immer für die objektiven Betrachter, die Leute, die noch nicht am Aktienmarkt sind, wir wollen ja immer mit gutem Beispiel vorangehen. Das bedeutet, wir wollen die anderen Leute aufklären und für uns gewinnen. Und das geht immer am besten, indem man rational und normal argumentiert. Beleidigungen brauchen wir uns natürlich auch nicht gefallen lassen. Aber wir sind selber auch so souverän, dass wir es nicht nötig haben, irgendwo irgendwelche Shitstorms zu machen. Deswegen, ich finde, hier hat weder die Linke einen Shitstorm verdient, aber die FDP sicherlich auch nicht. Von daher, Herr Rixinger, das Wichtigste, vielleicht stimmen Sie mir dazu, dass man vielleicht auch anderen Leuten, wenn sie Vorschläge machen, keinen Shitstorm irgendwie geben sollte. Ja, zumal diese Vorschläge ja nicht irgendwie böswillig sind, sondern ich nehme hier an, jeder hat die besten Absichten. Nicht weniger Erdnüsse essen vor dem Video. Dann kriegt man so einen kratzigen Hals. Ja, was ich aber noch interessant finde, und da kommen wir jetzt zum ersten Kernpunkt des heutigen Videos, ist ein Widerspruch. Ein Widerspruch, der irgendwie mir schon häufiger aufgefallen ist in verschiedensten linken Aussagen, die ich so nebeneinander kombiniere. Und deswegen möchte ich auch hier heute in der Kapitalismus-Schule noch eine Nebenrolle vergeben, die so ein bisschen zur Unterstützung der hauptsächlichen Handlung und eben auch am Ende dann der Katharsis, wie es ja so immer so wichtig ist in einem Film, dient, nämlich die Julia Schramm. Denn die teilt unter anderem auch ganz fleißig die ganzen Tweets von Herrn Rixinger und von Nicole Gohlke. Und sie schreibt dann hier zum Beispiel am 17. Mai, acht Männer besitzen so viel wie 3,6 Milliarden Menschen. Die müssen echt krass früh aufstehen. So, und diese acht Männer sind Jeff Bezos, Elon Musk, Bernhard, Arnaud, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Warren Buffett, Larry Elson und Larry Page. So, dem rationalen Beobachter wird auffallen, dass all diese Herren in Form von Amazon, Tesla, LVMH, Microsoft, Facebook, Berkshire Hathaway, Oracle und Alphabet entweder Gründer oder Mehrheitsbeteiligte an Aktiengesellschaften sind. Und jetzt möchte ich doch gerne mal von Herrn Rixinger oder von mir auch natürlich noch lieber von Frau Gohlke oder von Frau Schramm wissen, wie es sein kann, dass jemand, der immer reicher und reicher wird, und es wird ja auch sehr häufig kritisiert, dass die Reichen immer reicher werden, in all die ganzen Corona-Profiteure, die an den Börsen immer zocken und immer mehr Vermögen anhäufen, während die anderen immer ärmer werden. Wie kann es sein, dass man einerseits immer reicher und reicher und reicher wird und auf der anderen Seite aber der Aktienmarkt in die Altersarmut führt? Das ist für mich irgendwie so ein Widerspruch, der sich auch nach längerer und wirklich intensiverer Denkarbeit nicht so wirklich manifestieren will. Also vielleicht an die lieben Kollegen könnt ihr mich da so ein bisschen besser aufklären, wie man diesen Widerspruch im Endeffekt hier begründen könnte. Ja, gehen wir doch aber mal weiter, weil es gibt natürlich noch jede Menge andere Sachen, die ich hier ansprechen kann. Hier schreibt beispielsweise der Bernd Rixinger als nächstes, nur 15% der Deutschen haben überhaupt Aktien. Für FDPler wahrscheinlich unvorstellbar, aber die meisten Menschen haben nicht Tausende von Euro über für ein Aktiendepot oder einen Anlageberater. Nun ja, grundsätzlich könnte ich jetzt mit leichtem Zynismus behaupten, kein Wunder. Wer sozusagen seinen ganzen Tag damit verbringt, irgendwo zu demonstrieren, irgendwelche Steine zu werfen, Häuser zu besetzen und so weiter, der hat natürlich auch wenig Geld zum Investieren übrig. Aber lassen wir mal den Zynismus und sagen wir einfach, dass man zum Glück in der heutigen Zeit keine Tausenden von Euros mehr braucht, um an der Börse zu investieren, um eben am Kapitalmarkt teilzuhaben. Man wird dadurch natürlich nicht so reich wie ein Larry Ellison und so. Aber man kann selbst mit 100 Euro im Monat, selbst mit 50 Euro im Monat, könnte man gestreut in all die ganzen Unternehmen, ob es nun Alphabet ist, Oracle, Berkshire, Zuckerberg hier, also Facebook, Microsoft, man kann in all diese Unternehmen investieren und wird sozusagen dann relativ gesehen, wie diese Herren, die immer reich werden, auch immer reicher und reicher. Das heißt, somit hat man dann schon mal diese Schere, die immer weiter auseinander geht, ab diesem Moment, in dem man dort investiert, schon mal gestoppt. Und das geht schon mit 50 Euro im Monat. Okay, also ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Jetzt gehen wir mal zum nächsten Punkt. Jetzt geht es nämlich langsam so richtig ab. Wer die Altersvorsorge an die Aktienmärkte koppelt, schickt in jeder Wirtschaftskrise Millionen Rentner in die Altersarmut. Da haben wir es wieder, Altersarmut. Also etwa alle zehn Jahre im derzeitigen Krisenzyklus. Genau das ist Millionen Privatrentnern in den USA bei der Finanzkrise 2008 passiert. Nun, lieber Herr Rixinger, der verschweigt hier natürlich so ein bisschen, dass bevor es eben knallt an der Börse, also in den zehn Jahren vor diesem klassischen Zyklus, den es ja in der Form gar nicht gibt, aber egal, dass die Aktienkurse in der Zwischenzeit natürlich im Durchschnitt schon so ein bisschen am steigen sind, wie wir hier am MSCI World sehen. Und dass wir, wenn wir das Ganze jetzt mal wirklich langfristig betrachten, sehen, dass ungefähr so zwischen sieben und acht Prozent nominaler durchschnittlicher Rendite dabei rauskommt. Durchschnitt bedeutet immer, es werden ja die ganzen Highs und Lows mit inkludiert. Das heißt, die ganzen Wirtschaftskrisen, sowohl die Finanzkrise als auch die Dotcom-Blase und so weiter, sind da schon inkludiert. Das heißt, selbst wenn ein Rentner zu Rentenbeginn von einem Crash erwischt wird, dann ist erstens seine Fallhöhe meistens trotzdem viel, viel, viel niedriger, als hätte er in den 30 Jahren davor einfach nur die gesetzliche Rente benutzt, in der er gar keine Rendite gemacht hätte oder eben gar nicht investiert hätte, was noch schlimmer wäre. Und zweitens braucht ja der Rentner zu Renteneintrittsalter nicht sofort das gesamte Kapital und hat noch weitere Jahre, um eben vom Markt zu profitieren. Aber viel, viel, viel wichtiger ist eben, dass zwischen diesen Crashs immer auch ein bisschen was anderes passiert. Würden die Aktienmärkte und die Wirtschaft generell nur von einem Crash zum nächsten gehen, dann hätten wir natürlich auch keine Wirtschaft mehr, keine Rente, aber dann hätten wir natürlich auch keine gesetzliche Rente. Denn, dazu kommen wir eben gleich noch, aber ich will hier nicht zu früh ablenken davon, nämlich jetzt geht es hier weiter mit der gesetzlichen Rente. Die ist nämlich die sicherste Rente. Statt diese sichere Rente weiter zu schleifen, wie die FDP vorschlägt, sollten wir sie noch sicherer machen, indem die alle einzahlen. Also Beamte, Politiker, Selbstständige, also Finger weg von der Rente, liebe Marktradikale. Nun ja, Herr Rixinger, hier haben Sie bereits wieder einen ziemlich interessanten Widerspruch, meiner Meinung nach, denn all die ganzen selbstständigen Unternehmer und so weiter, die zahlen bereits in die gesetzliche Rente ein. Und zwar ziemlich viel. Wie wir nämlich hier sehen können, Bundeszuschuss zur Rente steigt. 100 Milliarden Euro wurde nämlich allein im letzten Jahr die gesetzliche Rente schon durch Steuerzahler bezuschusst. Das heißt, dieses Umlagemodell ist natürlich in sich überhaupt nicht stark genug, um die Rente zu sichern. So viel zum Thema, die gesetzliche Rente ist die sicherste. Weil es ist ja auch logisch, wenn du einfach Geld nimmst, von einem und dann einem anderen gibst, entsteht ja dazwischen keine produktive Wertschöpfung, sodass mehr Wohlstand entsteht. Das bedeutet, du musst natürlich entweder dafür sorgen, dass es immer mehr Leute gibt, die einzahlen für die Menge, die halt eben ausgezahlt wird. Also jede Menge Kinder machen, die eben schön arbeiten und einzahlen. Da aber in Deutschland leider genau das Umgekehrte der Fall ist, also immer mehr Leute die Rente beziehen, bei immer weniger die einzahlen, musst du eben den ganzen, ja, Fehlbetrag irgendwo hernehmen. Die Spanier würden sagen, falta mucho, falta mucho, donde está el dinero, ja, wo ist das Geld? Nun ja, die Steuerzahler werden es bezuschussen. Das heißt, lieber Herr Rixinger, die gesetzliche Rente ist nur deswegen die sicherste Rente, weil sie eben von all den ganzen Steuerzahlern eben bezuschusst. Und wo arbeiten die ganzen Steuerzahler, die eben das Ganze erwirtschaften? Nun ja, bei genau den Aktiengesellschaften und Unternehmen, die ja ihrer Meinung nach für Altersarmut sorgen. Also da haben wir dann doch schon wieder einen kleinen Widerspruch, meiner Meinung nach, wenn wir da auf dieses Thema zu sprechen kommen. Vor allem bei der Frage, wer subventioniert hier eigentlich wen, ja. Denn, das ist auch in Vorbereitung unseres gleich finalen Akts in unserem Film hier ganz wichtig, wo er nämlich schreibt, na, wo haben wir es denn? Bemerkenswert, mit welcher WIRF die FDP die aktienfinanzierte Rente fordert. Alle Aktienhypes der letzten Jahre vergessen, von Telekom bis Wirecard. Nein, auch die ETFs sind nicht sicher. Da bildet sich eine Blase und die Zentralbanken pumpen Geld in den Kreislauf. Und hier geht es jetzt noch zum Schluss weiter. Gerade heute sollten wir auf keinen Fall die Rente an die Aktienmärkte koppeln. Denn was passiert denn, wenn die ersten ETFs ausfallen? Die Anleger schreien groß auf und rufen nach dem Staat, ja. Okay, also wir haben ja bereits gelernt. Lieber Herr Riexinger, es ist nicht der Staat, der die Rentner finanziert und die, ja, gescheiterten Aktionäre in einer Krise, sondern es ist genau andersrum. Die produktive Wirtschaft fördert und bezahlt die gesetzliche Rente. Das ist die Faktenlage. Bitte drehen Sie das nicht immer irgendwie um. Das mag vielleicht bei dem einen oder anderen gut funktionieren, aber wie man auch an den aktuellen Umfrageergebnissen der Linken sieht, die meisten Leute, die denken da schon ein bisschen mehr nach. Wenn wir uns jetzt natürlich sowas wie Wirecard und Telekom anschauen und dann gerade im Kontext eines ETFs das sehen, dann merken wir auch, dass Herr Riexinger irgendwie, glaube ich, nicht so wirklich verstanden hat, was ein ETF ist. Deswegen, ich hatte ja gesagt, Koljas Kapitalismus Schule, es geht hier nicht um Shitstorm, es geht hier um Bildung. Ein ETF ist nichts weiter als ein kleines Gummiband um einen Blumenstrauß, die die ganzen Unternehmen sind, ja. Das heißt, ein ETF kann in der Art und Weise gar nicht ausfallen, weil es bedeuten würde, dass beispielsweise alle Unternehmen ausfallen, ja. Wenn das Gummiband weg ist von dem Blumenstrauß, dann nehme ich eben ein neues Gummiband an diese Blumen, okay. Und das heißt, es wäre nur möglich, dass ein gigantischer Komet kommt und alle Unternehmen auf der Welt gehen kaputt und produzieren nichts mehr. Dann wären aber natürlich nicht nur die privaten Renten und so weiter kaputt, sondern wären die staatlichen Renten erst recht kaputt. Ja, also lieber Herr Riexinger, nicht zu viel an dem Ast sägen, an dem Sie selber drauf sitzen. Das tut Ihnen nicht gut, weder der Gesundheit noch natürlich auch der Rente. Und ich würde empfehlen, einfach sich ein bisschen mehr noch mit ETFs und so weiter auseinanderzusetzen. Dann würde man das eigentlich ziemlich schnell aufklären können. Ja, und auch an die Julia Schramm. Ich habe es jetzt hier nicht mehr gefunden in ihrem Twitter-Feed, aber ich habe es tatsächlich noch hier auf dem Handy. Das kannst du ja sonst vielleicht nochmal zeigen, hier später in den Kommentaren oder so. Sie hat nämlich selber ein Depot erstellt, weil sie wissen wollte, wie das läuft. Die Infobroschüren waren kompliziert und komplett auf weiße Akademikertypen um die 50 ausgelegt. Ich habe es am Ende gecheckt, aber wer das als ernsthafte Option statt staatlicher Rente sieht, hat einen Schuss. Ja, also liebe Julia Schramm, an dieser Stelle, falls sie sich nicht oder falls du dich nicht mit diesen umfassenden Infobroschüren beschäftigen möchtest, die für weiße Akademiker sind und männliche vor allem, dann kann ich dir auch sowas wie Madame Moneypenny oder Aktiengram oder Finanzen für Frauen und so weiter empfehlen. Denn es gibt auch mittlerweile jede Menge Finanzbildung für alle Frauen auf der Welt und Aktien sind nichts, was nur Männer kaufen dürfen. An dieser Stelle also auch hier noch ein bisschen kapitalistische Abschlussbildung für Frau Julia Schramm. Und, liebe Damen und Herren, dann kann ich nur sagen, ich habe mich riesig gefreut, hier in der ersten Ausgabe von Koljas Kapitalismus Schule wieder ein bisschen mehr Bildung und das Volk zu bringen. Und ich wünsche euch jetzt noch einen richtig schönen, produktiven Arbeitstag. Macht's gut und denkt immer dran, schön fleißig arbeiten. Ciao, ciao. So, das machen wir jetzt. Blutdruck auf jeden Fall senken, ein paar Aktien kaufen.